Der erste wichtige Punkt ist das Mindset. Ich habe meinen ersten Brief aus der JVA geschrieben mit, ich bin angekommen im Kloster und genieße jetzt meine Auszeit. Das heißt erstmal die Akzeptanz der Situation. Und dann habe ich natürlich 8000 Briefe bekommen, wobei ich mich dafür herzlich jetzt bedanke, bei allen, die mir geschrieben haben. Ich habe auch 300 Einladungen bekommen, dass ich wusste, wenn ich aus dem Gefängnis rauskomme, habe ich immer einen Platz zum Schlafen. Den hätte ich natürlich auch bei meinen Eltern gehabt, aber es ist gut zu wissen, dass so viele unterstützten. Und dann habe ich eben die Zeit aktiv genutzt. Das kann tatsächlich auch mal Luxus sein, wenn man 23 Stunden mit sich allein ist. Man lernt sich eben, wie es bei so einem Klosteraufenthalt dann eben auch ist, extrem gut kennen. Und ja, ich habe eine Stunde Sport gemacht jeden Tag im Haftraum, dann ungefähr drei Stunden gelesen, Briefe beantwortet, Briefe gelesen und so war die Zeit dann doch auch durchaus kurzweilig.